Willkommen zu einer neuen Folge NinjaKiWi, der eher gesagt zu Bloons TD Battles, er sagt Bloons für die Felsen, auf den TD Battles so immer angreifen ich komme gleich wieder ich komme wieder so wird wieder da ohne leine 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 nein 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 ich möchte scheiße ich muss auf klo ich gehe gleich auf klo ich gleich gleich jetzt gleich jetzt 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 gleich hier gleich hier gleich jetzt jetzt ja okay ich komme ARD Text im Auftrag des WDR da eine zeit habe ich ein bisschen geld zusammengeholt die also vorausgehen nur die ganze zeit kurz weg weil wir in politik und so ein scheiß und ich verstehe das nicht so richtig meine mutter was soll das eis und sie kann mir auch nicht weiterhelfen so kommt das wieder kurz so haben wir diese scheiß metalproblem und ohne geschützte scheiß auch mal wieder weg kommt das meine leute ich bin wieder da ja ich bin so fast schon genau gleich meine verteidigung ist ein bisschen besser als seine wachstum und er ist eigentlich immer der Schlechtere von allem ich hab noch nie um irgendeinen Zuschauer noch nie ich glaube das ist nicht so beliebt wie der Clash Royale ja dann zu zweit angehen ich brauche mehr gegen Metall digga das macht jetzt nur irgendwie ein bisschen ab der kann ich eben nicht so schnell die Metall schicken nach vorne muss ein bisschen was weil das kommt wieder ein bisschen zu nahe der ist echt gut der kann ich viel gut abhalten kaum krieg ich kriegt gar nicht ein bisschen Unterstützung gegen Metall weil nicht so kommt durch die Tüche nochmal ein zweites wunders noch sicherer ist nach vorne ist irgendwie gerade die verteidigung ein bisschen nachlassen er muss jetzt sehr viel eingreifen dass ich jetzt nicht so unbedingt gerade so befördert ist es schon gut dass er eingreift dann sehe ich schon mal die verteidigen davon nicht mehr gut genug ich brauche mehr vorne für die verteidigung und da habe ich mir vorgenommen den jetzt gleich zu kaufen ich eigentlich immer rüber schicke weil er eigentlich sehr sehr schon sehr früh rüber schicken kann er kann auch sehr viel weg machen der ist eigentlich sehr gut 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 jetzt sehen ja gut naja da hinten um schneller die metallballons weg zu machen der ist ja echt paranoid er stellt ja so viel nach hinten ich stelle das nur nach hinten weil ich weiß dass er viel rüber schickt bevor es meine ganze verteidigung wieder hinten sieht manchmal so eine scheiße dahin keramik lässt sich sehen die verteidigung von der keramik immer besser als nichts stich normal mehr hiervon hin weil die schickler lässt sich auch schon sehen ich habe noch nicht so viel in wasser drinnen da muss ich gleich was ändern und da kommt gleich so ein schickchen rein genau kommt gleich kurz mal wieder das jetzt sieht ja eigentlich relativ gut aus so ein schickchen rein also so oh Die Lüte, die wir auch hier ansehen. Die Anstelle, die wir auch hier ansehen. Die Lüten wollen das jetzt in den Allgemeinen, dass sie das Ganze machen oder war? Also wenn du da viel Geld hast, wollen wir das wieder in die Anwendung jetzt ansehen. Und wenn wir die wieder ansehen, wieder zu ansehen. Ja, wo gehörst du Arme? Ja, wo gehörst du Arme? Ja, wo gehörst du Arme? Ja. Wir haben nur Angst, weil es aus China kommt. Erst doch auch aus China, erst doch auch aus China, oder doch auch aus China. Jetzt, ich glaube nur, wir geben noch, wir geben noch. Und ich bin00, ich bin ein Problem mit euch, aber ich bin in drei Jahren schon dran. das tut du musst sein es hat mich an die Wolle aber ich kann so lange weg oh Vielen Dank. Vielen Dank.